ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risiko und weiß gibt es wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir legen direkt los wir gehen rüber in die xstation und natürlich auch in den vollbild modus und wir fangen mal mit dem nestek future an wir haben einen ausgedehnten aufwärts impuls im targets chart war es eher in der vergangenen woche so ein hin und her aber es könnte eben mehr spielraum geben für eine weitere korrektur und zwar bis in richtung 14.694 punkte da ist nämlich das letzte ausbruchs niveau gewesen und das ist eben für die verkäuferseite ja das erste mögliche kursziel es ist aber auch nicht auszuschließen dass der markt sich jetzt einfach fängt und wieder durch startet aber man muss sich eben als anleger die frage stellen zu welchem preis möchte man eben einsteigen wer aktuell eben ja long longs mit longs arbeite der muss eben einfach ja einen sehr teuren preis in kauf nehmen das signalisiert unter anderem der rsi indikator und da sehen wir eben dass der markt jetzt schon seit einigen wochen ja recht stark überkauft ist und ja es wäre eben idealer wenn der markt erstmal wieder etwas nach gibt und dann könnte man sich zu einem späteren zeitpunkt eben wieder etwas besser dem trend anschließen denn die idee ist natürlich dass man immer nach einem aufwärts impuls auf die korrektur abwartet und dann aus der korrektur heraus in trendrichtung handelt der deutsche leitindex gerät unter druck es gab in der vergangenen woche einen herben rückschlag aber eine wichtige kurszone scheint eben einen stärkeren rückgang zu verhindern und hier wird sich jetzt eben für das würde sich jetzt eben entscheiden entweder gibt es in erholungsversuch und vielleicht sogar noch mal ein neues rekord hoch zu markieren wir haben das alte rekord hoch bei 16.294 punkten und dann wäre der weg frei in richtung rekord hoch wenn die zone allerdings nicht halten sollte dann könnte der markt ja eine stärkere projektur sehen und dann sehe ich den markt durchaus mal bei 15.463 punkten oder auch noch mal in die richtung von 14.700 wir gehen rüber zu euro dollar hier gab es in der vergangenen woche einen wichtigen fehlausbruch und zwar erneut an der wichtigen marke bei 109 42 wichtiges zwischentief gewesen und dort scheinen die euro bullen jetzt erst mal dran zu scheitern der aufwärtstrend ist aber über gott noch intakt deswegen erwarte ich dass wir einen fünften test sehen der 1 10 33 marke das ist hier der widerstand der geknackt werden muss und die frage also ein neuer angriff in dieser woche oder vielleicht doch ein stärker rücklauf da könnte ich durchaus noch mal spielraum sehen bis in richtung 107 87 weil dieses zwischen hoch hier noch nicht getestet wurde der goldpreis hat in der vergangenen woche das wichtige tief bei 1934 dollar nicht verteidigen können es gab ja zwei verteidigungen schon in der vergangenheit aber dann gab es eben auch den bruch hier haben wir also viele ruhungspunkte und diese marke ist also jetzt auch wieder entscheidend aber eben nicht als unterstützung sondern als widerstand und hier wird sich jetzt eben entscheiden ob die verkäufer nach der erholung wieder druck aufbauen um den markt weiter nach unten zu drücken ich könnte mir vorstellen dass der markt auch noch mal die 1870 dollar marke testet weil der weg hier ja mehr oder weniger frei ist eine positive überraschung wäre wenn diese marke zurückgewonnen wird und dort eben auch eine stabilisierung stattfindet bzw wie dann eben auch darüber einen wochen schlusskurs sehen wti steht auch in dieser woche nochmals unter druck und jetzt steht eine wichtige unterstützung auf dem prüfstand und zwar ist das die marke bei 69 dollar hier gab es einen wichtigen tiefpunkt fehlausbruch nummer eins fehlausbruch nummer zwei und hier wird sich jetzt eben entscheiden bricht der markt nach unten aus dann sich den markt durchaus noch mal bei 65 dollar also hier gab es ja so eine wichtige unterstützungszone oder eben die verteidigung mit dem erholungsversuch in richtung dieses wichtigen hochs wo es eben in der vorwoche einen fehlausbruch gegeben hatte also da muss eben einiges passieren damit sich das chartbild eben auch wieder auffällt bitcoin hat in der vorwoche ein neues jahres hoch markiert allerdings wurde der langfristige aufwärtstrend eben nicht per schlusskurs bestätigt es ist aber ein klares signal dass der markt eigentlich weiter nach oben möchte und das nächste ziel wäre dann hier oben bei 32.000 dollar und dann sogar bei 48.000 weil das ist das ist eben der letzte wichtige hochpunkt wo der markt eben die abwärtsbewegung begonnen hat wenn der markt sich aber nicht oberhalb der 30.000 dollar marke halten kann dann würde ich auch noch mal ein rücklauf sehen wollen richtung 26.700 und 58 dollar das war's für heute lasst gerne einen daumen damit das ganze gefallen hat viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal